Stierledersitzer Man kann mal dieses Modell fahren oder mal jenes mal ein sportliches oder ein Oldtimer kannst du ja mal ein Fahrzeug ausleihen scheißegal oder vielleicht benötigt man ja auch mal einen kleinen Bus für einen Ausflug oder einen Umzug oder so aber du brauchst ein Fahrzeug das zu dir passt mit Stil eins mit Charakter ein Baby zum Liebhaben du musst es pflegen streicheln tanken auch Geld einstecken so ein Baby will unterhalten werden aber dafür bleibs vielleicht auch bis zum Ende deines Lebens bei dir beim eigenen mit 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 Was weiß ich denn, was in dem sein Hund hier an vor sich geht? In dem Fall ist er heute nicht zur Arbeit erschienen. Das wird der Kohle wahrscheinlich schon über alle Berge. Und was ist, wenn wir das Schließfach im Flughafen aufbrechen lassen? Also, hat er für eine Nummer auf dem Schlüssel stand? Nee, also. Soll ich jetzt alle Schließfächer im Flughafen aufstemmen lassen? Man, manchmal glaub ich wirklich nicht, dass du mein Sohn bist. Mal wissen, mit welchem Alkoholiker deine Mutter damals rumgeruhrt hat. Die Zuta, das ist auch gebetet! und Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.